Musik Guck mal her, wie gefällt dir dein neues Halsband, ne? Ja gut siehst du aus, mein Hübscher. Ja. Nicht nur Paula findet ihr neues Halsband super. Es ist auch noch sehr praktisch. Es ist Geodog, das Ortungshalsband für Hunde. Das heißt, dass ich immer weiß, wo Paula ist, beziehungsweise ihre aktuelle Position jederzeit abrufen kann. Es ist doch ganz einfach. Alles was ich dazu brauche, ist das Geodog Halsband und ein Mobiltelefon. Ja fein bist du. Ganz brav. Ja. Rundholz. Ja fein. Genau. Paula. Wenn ich wissen will, wo meine Paula ist, rufe ich einfach die Nummer von ihrem Geodog-Halsband an. Die von Geodog schicken mir dann per SMS ihre aktuelle Position auf mein Handy. Das funktioniert mit jedem Mobiltelefon. Je moderner, umso schöner ist natürlich die Ansicht. Paula. Ja komm her. Ja komm her. Na rein. Komm bis her. Geh bis her. Der gehorsamste Hund kann durch äußere Einflüsse und unvorhersehbare Ereignisse mal ungewohnt reagieren oder weglaufen. Dank der Nutzung von Technik wie GPS und dem Mobilfunknetz funktioniert Geodog nahezu weltweit. Seitdem wir Geodog haben, fühle ich mich einfach sicherer, weil ich weiß, dass meine Paula an guten Händen ist. Und das nicht nur zu Hause, sondern auch im Urlaub, wenn man sich in einer fremden, neuen Umgebung befindet. Auch hartnäckige Streuner lassen sich dank Geodog jederzeit kontrollieren. Man kann Zonen einprogrammieren, in denen sich der Hund aufhalten darf oder nicht. Verlässt er das definierte Gebiet oder betritt Gefahrenzonen, wird man automatisch per SMS informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017